Das Schauspiel sei die Schlinge, in die den König sein Gewissen bringe. Schönen guten Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Star Trek Museum auf dem Holodeck 1701. Bevor ich mit Hamlet vielleicht komisch nach Shakespeare beginne, möchte ich gerne mit euch gemeinsam den Fantasiesprung machen von Raumschiff Ebersweide nach Helsinger, Dänemark. Danke. Papelle, Musik. Etwas ist faul im Star Trek. Nachmittag. Nachmittag.